Das zeitliche Kontiguitätsprinzip Präsentieren Sie Texte und Bilder gleichzeitig Diese Erfahrung ist Ihnen sicher nicht neu. Sie schauen sich ein Erklärvideo an, in dem Ihnen zunächst eine Abbildung gezeigt und anschließend eine Erklärung gegeben wird. Vielleicht ärgern Sie sich schon während des Anschauens, dass Sie einige der visuellen Informationen aus der Abbildung vergessen haben und im Video hin und her springen müssen. Einen solchen Ärger würden Sie zu Recht verspüren, denn das Arbeitsgedächtnis wird übermäßig extrinsisch belastet, wenn zusammengehörige Bilder und Texte nicht synchronisiert dargestellt werden. Bis eine Erklärung gefunden wird, müssen die visuellen Informationen nämlich im kapazitätsbegrenzten Arbeitsgedächtnis gehalten werden und das selten mit Erfolg. Sehr wahrscheinlich werden einige visuelle Informationen vergessen. Hinzu kommt, dass sogar zusätzliche kognitive Ressourcen in Anspruch genommen werden müssen, wenn Zusammengehöriges aus unterschiedlichen Darstellungsformen zeitlich getrennt voneinander präsentiert wird und die Beziehung zwischen beidem später hergestellt werden muss. Werden hingegen Bilder und Texte, ob Gesprochene oder Geschriebene, gleichzeitig präsentiert, können kognitive Belastungen reduziert und Kapazitäten für Lärmprozesse freigestellt werden. Stellen Sie also, so besagt es das zeitliche Kontiguitätsprinzip, in multimedialen Lernmaterialien visuelle und auditive Informationen parallel dar. Also erläutern Sie beispielsweise in einem Erklärvideo Animationen nicht im Anschluss, sondern zeitgleich, während sie ablaufen. Ein Jahrgang der Lernmaterialien visuelle Knoten